Die Sportstätte trägt den Namen der Weltmeisterin und Olympiasiegerin seit 2023. Als Denise Hermann Wick nach ihrem Abschied aus dem aktiven Leistungssport, erst Skilanglauf, später Biathlon, im August 2023 auf die Einladung des örtlichen Skivereins in Böckau zu Gast war, wurde die Sportlerin aus dem Ort mit der Namensweihe überrascht und geehrt. Und auch Burghaus Partnerstadt Herrrieden steht dem nicht nach. In der mittelfränkischen Kommune gibt es eine Denise Hermannstraße. Untertitelung des ZDF, 2020